Also, ich würde jetzt nicht in eine Minute auflegen. War Spaß. Jetzt mache ich kein Video mehr. Tschüss. Wer hat doch keinen Witz, Junge. Und chill. Gut, okay. Die neue Challenge. Ja, werde ich. Gut, okay. Wir machen jetzt die Challenge, bis wir es schaffen. Aha. Aha. Mich sind eigentlich nur die Abonnenten wichtig. Gut, es liegt wieder perfekt. Ich kann nicht mal eins geben. Scheiße, Brot, das ist schlecht. Oh, scheiße. Junge, die sind sie. Junge, was für ein Go. Komm, wir holen den epischen. Geht weg, Junge. Ich habe euch nichts getan, bitte. Geht doch nicht einfach. Du, der Krizo bekommt ja mit Schaden. Und checke ich erst jetzt. Ich spiele kaum Brawl Stars, also es könnte sein. Ich kann wieder ein paar Jahren ein Brawl Stars Video machen. Ich bin gut, okay. Gut, okay. Also wie ihr seht, habe ich viel, viel wenig Akrofen als vorhin. Was für ein Skins. Ach, ich habe ja, ich, mich ist gar nicht aufgefallen, dass ich diesen, hä, seit wann habe ich so viele Skins? Ich habe vier Skins. Wusste ich gar nicht. Wie cool ist das denn? Nein, das leckt, Leute. Junge, was ist das? Was ist das denn? Ja, war schon die meisten schon die ganze Zeit online. Der war schon die ganze Zeit meistens online. Ach so. Junge, geh raus. Junge, was? Ja. Das war lost. Das war so lost von uns. Merkt man. Oh nein, 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 nein. Nein, er hatte nur noch 300 HP. Der taponiert mich. Na mich. Na alle. Nein. Wir haben schon wieder verloren. Ich mache nicht mit, die Challenge, Junge. Ich möchte nicht alle die ganze Zeit verlieren. Ich hasse diesen Modus Jäger. Dann nehmen wir jetzt Yves. Auch wenn der Aufgang 24 ist. Scheiß drauf. Was lab' ich mit 100? Oder was läd' ich grad? Könnt ihr mich noch hören? Aha. Junge, warum ist deine Shirley einfach ein Ding? Junge, der ist null... Ich mag dir grad ein Video. Junge, Mortis, ich hab' dich nix getan. Ich hab' dich nix getan. Junge, was für ein Bug ist das? Was, ich leck' ich grad komplett auch, obwohl es nicht mal angezeigt wird. Was ist das für ein Mist? Macht euch Platz. Hier kommt... Yves. Auch wenn ich verlieren werd', ich werd' wütend sein. Sparked. Perfekt. Wir alle auf den Dynamite gehen. Junge, geh weg, Junge. Komm schon, du hast ne... Nein, der ist so lau gewesen. Da liegt der ja drüben. Du bleibst, Michael. Nein, jetzt ab! Das war ne Scheiß-Ulchi. Wer ist Elias? Ach so, ja. Der hat zu oft das Wort gesagt, ne? Ja gut, okay. Also, ich mach' jetzt noch eine Viertelstunde Sport und dann mach' mal was anderes, dann können wir hinaus, ne? Gut, okay. Ähm, ja. Also, das Video ist jetzt vorbei. Ciao, ciao. Es war schön, euch kennenzulernen. Ciao! Moment mal, das kann ja sechs Minuten, lol. Moment mal, das kann ja sechs Minuten, lol. Ich weiß nicht. Not neu. Vielen Dank.